Modul 4, Lektion 1, Aufgabe 2a. Hört euch die Texte an. Welcher Text passt zu welchem Foto? Am Morgen esse ich sehr früh, gleich nach dem Aufstehen, so gegen 7 Uhr, spätestens halb 8. Normalerweise nehme ich ein Croissant und ein Brötchen mit Butter und Marmelade. Dazu trinke ich ein Glas Milch, manchmal sogar zwei.